Das ist der Scheißhund. Oder was macht der da? Keine Ahnung. Ah, Mann! Alter. So. Aber wie sehen die denn aus? Ah, die haben auch wieder Wolverine-Hände. Warum rennt der auf einmal hier hin? Ich verstehe es nicht. Warum rennt der auf einmal zu mir, obwohl hier die Leiche liegt? Verstehe ich nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Oh, ist das ein Shit. Ist das ein Shit. Ach, Gott. So, dann warte ich mal, bis der sich hier in Bewegung setzt. Oh, mein Gott. Geh da hoch. Geh da schnell hoch. Geh da schnell hoch, Alter. Rikimaru. Mach mich nicht schwach. Oh, da. Ey. Was denn? Was macht der da? Ah, ich... Die können nach oben gucken. Ah, ja. Das vergesse ich immer, dass die hier nach oben gucken. Ah, Mann. Es war so klar. Es war so klar. Oh. Es war so klar, ey. Oh. Da ist noch einer. Oh, Mann. Alter. Alter. Oh, 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 oh. Mensch. Ey, das ist schwer. Drei Gegner. Drei Stück. Drei Stück. Genau. Hauptsache, die setzen mir hier drei Gegner vor die Nase. Wie soll ich das denn machen? Das geht nicht. Das geht nicht. Sorry. Äh. Da unten ist noch eine Frau. Ey, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Da sind drei Gegner. Moment mal. Ich habe eine andere Idee. Ich gehe mal zurück. Ah, die pennt. Die pennt. Okay. Da war doch noch... Ich kann runter. Und hier. Und hier. Dreh dich doch nicht rum, Mensch. So. Oh, ich habe das geschafft. Oh, wie geil. So. Geht er hoch? Da war doch eben noch ein dritter, oder nicht? Nö. Keine Ahnung. Ah. Doch. Hier. Hier. Hier war irgendwo... Ah, das war Rikimaru, der... Es tut ihm weh, wenn der da gegen den Stein knallt. Ist verständlich, ja. So. Oh. Da sieht mich schon wieder einer fast. Ah. Okay. Alles klar. Unschuldige. Oh mein Gott. Hä. Hä. So. Acht. Was? Was? 80? Alter, was geht hier ab? Was geht hier ab? Hallo? Ah. Nein, ey. Er dreht sich auch immer im falschen Moment rum. Die dreht sich auch echt immer im falschen Moment rum. Das kenne ich so gar nicht mehr. Bei Tenchu 2 war das immer ein bisschen einfacher. Weil die haben sich da normalerweise länger rumgedreht. Weil die brauchten eine längere Zeit zum Drehen. Aber hier ist das irgendwie anders. So. Komm schon. So. Da ist noch einer. Geht er hoch? Ja. Ich bin ein bisschen ruhig im Moment. Ich muss mich halt einfach hier konzentrieren, oder? Geht unten, oder was? Oh. Wo denn? 91. Hallo? Ich weiß nicht wo... Ah! Oh! Oh, hab ich mich erschrocken. So. Da ist die Unschuldige, hä? Das ist die Unschuldige, oder? Wer sieht mich da denn immer? Oh, man dauert das lange. Da oben! Da oben und wo noch? Alter. Verarsch mich nicht. Oha, Alter. Boah, das ist schwer. Holy shit. Aber egal. Ich freue mich trotzdem. Wie gesagt. Ja, und bei euch alles gut soweit? Bei mir war heute wieder stressig. Auf der Arbeit. Aber, ja. Ich hatte halt gehofft, dass ich den Stress hier verliere. Durch Tenchu. Aber es ist nicht so. Es ist trotzdem stressig. So, die habe ich. So. Da ist... Da ist eine Unschuldige. Daumen ist ein Tier drauf. Aha. Eine Katze. Die darf ich aber sehen, oder? Ah, ja. Die darf ich sehen. Okay. Wie geil. Ah, die hat Angst. Okay. Ja, ich verstehe. So. Gehen wir hier lang? Ah, ja. Sorry. Kriegst du dadurch damage, wenn du da... Ich weiß nicht. Was war hier wieder auf 70? Ist das die Unschuldige? Ah, ich bin unten. Nee. Nee. Nee, ich habe hier, glaube ich, erst mal alle gekillt. Gut. Na dann. Ich mache hier lang. Da hinten sind bestimmt noch... Ah. Der hat mich da wieder fast gesehen. Aber ich bin hier oben. Hier oben bestimmt. Nee. Ah. Durch den Grafik-Bug habe ich gesehen, dass der Typ hier hinter der Wand ist. Alles klar. Dankeschön. Endlich mal Bugs, die man noch nutzen kann. Und. Zack. Ah, von oben und von unten kann man hier keine Kills machen. Ah. Ah. Scheiße. Ja, das konnte ich nicht wissen, dass da noch einer ist. So. Okay. Dann. Mach mal bitte hier so einen. Und bleib mal da unten, ja. So. Er ist beruhigt. Wo rennt er jetzt hin? Nach da hinten? Warum rennt er nach da hinten? Hä? Hä? Was machst du denn da? Ich vergesse, dass die hochgucken können. Immer. So. Jetzt beruhig dich bitte. Also hier unten ist ein Durchgang. So. Dann warte ich jetzt erstmal ab, was der... Guck mal, was der macht. Der ist da hinten. Oh, ey. So, und. Und zack. Boah. Heftig schwer, Alter. Ey, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, sehr viele Gegner gibt es hier. Ah, steh auf. Und direkt abhauen hier. Komm schon. Hau ab. Hau ab. Ah. Halt dich doch da fest, Mann. Mensch, Rikimaro. Mach mich nicht schwach hier. Ich muss wieder hier... Dingsleben. Heiltrank. Alter, wie ist der da auf das Dach gekommen? Hä? Boah, die sind viel agiler, die Gegner hier. Viel agiler. Boah, ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Aber machbar auf jeden Fall. Da. Da ist noch einer. Okay. Alles klar. Oh, wie soll ich das... Wie soll ich den von hier sehen? Ah, da. Okay. Aha. So, da bist du. Er hat sich richtig rumgedreht. Zack. So. Wenn ich alle Gegner hier habe, probiere ich mal das Item aus. Ich probiere es jetzt mal aus. Was ist... Okay. Okay. Das war krass. Das ist also so ein... So ein Rush quasi, ne? Ja, genau. Äh... Ah, tut mir leid, Regiema. Nein, er kriegt keinen Damage. Das ist gut. So, geh bitte hoch. So, dann... Muss ich irgendwie nochmal gucken. Weil hier war doch noch ein Gegner irgendwo, ne? Irgendwo hier bei so einem Durchgang. Ja. So. Wo warst du? Wo warst du, mein Freund? Moment. Ah, was ist da? Moment. Moment. Geh runter. Ah, hier. Hier war der doch, oder? Hä? Na, ist egal. Hier rennen... Hier rennen... Hier rechts rennen bestimmt noch welche rum. Ah, ne. Hier war ich auch schon. Okay. Dann gehe ich weiter. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Kommt die Objekten? Ein... Ah, boah, wir können die weit gucken. Alter Schwede. Okay. Die können sehr weit gucken. Da muss ich ja richtig Abstand halten von denen. Okay. Alles klar. Und? Oh, Gott sei Dank. Okay. So. Ich glaube, hier hoch... Hier hoch muss ich, genau. Jo. Alles klar. Katzin. Bitte verabschiede meine letzte Begeber. No, no, you have done well. Lord Goddard is waiting for you. Come. Ah, ja. Ja, scheiße. Ninja. Fuck. Fuck. Ja. Shit. Guck mal, wie oft ich entdeckt wurde. 28 Mal. Oh, 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 oh. Oh, Gott, ist das schlecht. Naja, egal. Es tut mir leid. Aber ich weiß es halt nicht besser, ne. Was ist... Oh, Katzin. Ja, es ruckelt ein bisschen, aber gleich hört es wieder auf. Ah, okay, also wir müssen einen, einen Ninja von Fürst Goda. Befreien aus einer Folterkammer. Oha, das wird krass. Ne, aber das mache ich beim nächsten Mal. Ja, das war heute ein bisschen failiger Part. Und ja. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wie wir den Typen da befreien, diesen Ninja von Fürst Goda. Sehen wir morgen. Ich werde das jetzt erst mal zusammenschneiden und schauen, dass ich das wieder in Full HD hochladen kann. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Demjenigen, der es gefallen hat, der möge doch ein Abo oder ein Like da lassen oder sogar ein Kommentar. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.